Wir laden Sie herzlich ein zu unserer Visualize Your World. Unsere jährliche Anwender- und Kundenkonferenz findet dieses Jahr am 20. Mai in Mainz statt. Was erwartet Sie? Visionäre Vorträge zu den Themen die Grauzonen, Menschen, Maschinen und Entscheidungsfindung. Ein weiterer Vortrag dreht sich um visuelle Analysen als Entscheidungsgrundlage. Wir freuen uns besonders, dass wir zahlreiche Kunden gewinnen konnten. Sie werden namhafte Firmen wie Sixt, Merck oder auch führende Mittelständler, wie schon eure Shop auf unserer Visualize Your World treffen. Schönen guten Tag! Ich war schon fünf Mal auf der Qlik-Konferenz und ich bin dieses Jahr sehr gespannt auf die Neuigkeiten, die dort vorgestellt werden, insbesondere unter Qlik Sense. Und was mich auch besonders interessiert, sind die Cloud-Wertlichkeiten, die wir dieses Jahr haben. Sehr interessant auf den Qlik-Veranstaltungen sind immer die Live-Demos der entsprechenden Kunden und auch sehr interessant sind die Anwender und Interessententreffen, die dann zwischen den Live-Demos immer in den Experten-Forum stattfinden. Ich arbeite seit sieben Jahren bei Qlik und sorge dafür, dass die Qlik-Plattform bei unseren Kunden bestmöglich eingesetzt wird. Deshalb freue ich mich besonders auf die drei neuen Themen, die auf der Visualize Your World vorgestellt werden. Qlik Sense Enterprise 2.0, Cloud und die neue Entwicklungsplattform für Datenvisualisierung und Analysen. Hallo, wir sind das Orga-Team hinter der Visualize Your World und wir würden uns freuen, Sie persönlich in Mainz begrüßen zu dürfen. Es wird eine richtig interaktive Veranstaltung in diesem Jahr mit Appzone, BI Roundtable, Speakers Corner, Datenvisualisierungsteam und vielem, vielem mehr. Vor allem freue ich mich auf innovative Kundenvorträge zu unseren Qlik-Lösungen und auf spannende Diskussionen in den BI Roundtables zu Themen wie Visualisierung oder welche Fehler man bei einem erfolgreichen BI-Projekt vermeidet. Hier können Sie sich auch übrigens selber interaktiv in die Diskussion mit einbringen. Und wir freuen uns auch sehr auf 15 Partnersponsoren auf der Visualize Your World. Unsere Partner bieten Ihnen mit Ihrem branchenspezifischen Know-How, fachlichen Know-How einen hohen Mehrwert in der Einführung, im Einsatz und in der Entwicklung von QlikView und Qlik Sense. Wir freuen uns auf Sie!